ja ich bin es einfach willkommen auf jeden fall zu einem neuen video auf diesem kanal heute geht es darum dass base chat unser draft entscheidet ich bin auf jeden fall sehr hyped also ich habe schon mal so ein test für euch aufgenommen habe mich totgelassen wie die leute darauf reagieren solche draft videos habe ich auf jeden fall hammed gesehen und dachte komm ich mache auch eins aber wie gesagt dass die leute die ich anrufe mein draft entscheiden und wir schauen wie das ausgeht ich würde sagen ohne viel zu haben gehen wir auf jeden fall direkt ins video rein was geht bruder hey bruder kannst kannst du mir kurz helfen und zwar nehme ich gerade ein youtube video und ich weiß nicht ob du fifa kennst ja ich habe hier gerade so ein fotograf oder ich bin live in der aufnahme und du musst mir nur eine zeit von einer zahl von 1 bis 5 sagen wer korrekt 1 bis 5 bruder 3 ok wo jalla danke dir ok ich danke dir ich wünsche auf jeden fall noch was bruder pass auf dich auf heide also er sagt die drei ich kann leider die stimme nicht einblenden jungs voll korrekt dass er mitgemacht hat wir gehen mit den drei auf jeden fall rein mal schauen was er nächstes sagt yo wassupro where you from i'm from rest said bro where are you from liverpool engl okay bro i have a question okay so i drain our fifa video and i need for you say one to five a zahl okay say one two three or four or five one of far bro you fucked me hard i got deep hey bro egal jalla we see us was geht bruder auch bruder ich nehme gerade ein video auf bro kannst du mir kurz helfen ich mache ein video bro und du musst mir eine zahl von 1 bis 5 sagen drei passt wir schauen mal was es wird tack Idee urance ich sagaimer man dann ich ich lass das alles ich sag calendar ich glaube ich glaube ich will Alhamdulillah So, wir gehen auf jeden Fall mit der 3 Jungs Yo, Bro, kannst du mir eine Zahl von 1 bis 5 sagen? Alhamdulillah, 1 bis 5 Okay, 5 Wir schauen, ich hoffe, 5 ist gut, Bro Und Okay, danke, Bro Bro, kannst du mir eine Zahl von 1 bis 5 sagen? Hab ich Sag einfach, 3 Ach, bäh, ach, bäh Kannst du, nix, hi Kannst du mir eine Zahl von 1 bis 5 sagen? What the fuck, Digga? Assalamu alaikum Bro, kannst du mir eine Zahl von 1 bis 5 sagen? Ach, okay, danke Mach weiter So Okay, 4 Nummer 4 Nummer Lopez ist sa, aber Danke dir Ich habe noch etwas. Einmal noch mal, aber noch etwas Also noch eine Jungs Hade, komm 1 bis 5 sagen Ich sage, 1 Ich sage, 1, 1 Mach, mach, mach Okay, die Nummer, Jungs Danach 3. Nummer Das war ja Ja, das ist das Ja, das ist Wenn ich nicht, ich würde sagen, ich will, dass ich es heute nicht vor. So, wir gehen auf mich beim nächsten rein. Dört. Dört. Taman, Back. Backios. Oh, ich schick mal da, Nase. Saus und Kardischen. Keine Back. Lann. Klam. Was geht, Bruder? Rapp mal, Digger. Krank, was machst du hier? Ja, geil, Bruder. Aber, ich nehm gerade ein Video auf. Krass, dass du hier bist. Ich kenn dich sogar. Kannst du mir eine Zahl von 1 bis 5 sagen, Bruder? Von 1 bis 5, Bruder. Ach, boah, Nabten, ja. Du musst mir eine Zahl von 1 bis 5 sagen. Von 1 bis 5, Bruder. Drei. Ja, boah, ist gut, ist gut, ist gut. Danke dir, Bruder. Hey, beauty. Danke, danke. Ich weiß, ich bin schön. Kannst du mir ein Nummer von 1 bis 5 sagen? 3. 3, okay. Let's look. You are a good girl. Thank you. I got a good player. Thank you. Assalamualikum. Immer halal bleiben, Jungs. Stay halal. Die Grenzen nicht unterschreiten. Die hat 3 gesagt. Gut. 2. Bro, du bist ein King. Ich küsse dein Herz. Wieso? Ja, ich habe einen guten Spieler gezogen, Bruder. Ich mache gerade ein Video. Und... Danke dir, Bruder. Danke dir, Bruder. Ja, Mann. Wallah. Gona, ich hoffe, inshallah, erreichst du alle deine Träume, die du im Leben hast. Danke dir, das war wichtig. Es war wichtig. Kannst du mir einfach eine Zahl von 1 bis 5 sagen? Ja, nimm mal die 5. Ja, ist okay, Bruder. Ich habe Dings bekommen. Sabitza. Danke dir, Bruder. Bro, kannst du mir eine Zahl von 1 bis 5 sagen? 3. Okay, Bruder. Ach, bei Wallah ist... Okay, Bruder, ich küsse dein Herz. Danke dir fürs Mitmachen, Bruder. Dankeschön. Pass auf dich auf, Bruder. Oh, ich küsse dein Herz. Korrektar, Typo, er ist sympathisch, Wallah. Was ist das, Bruder? Ja, Bruder. Lisa, are you making music here? Nein, Bruder, ich mache YouTube Videos. Nein, nein. Kannst du mir ein Nummer von 1 bis 5 sagen? Okay, ich gehe 4. 4? Okay, es ist okay, Bruder. Ich mache FIFA Videos. Danke, Bruder. Und ich wünsche dir die besten Glück. Danke, Bruder. Take care, ja. Take care. Bakarambi. Hadi. I, ja, i, i. Saus und Kardishin. Kennebak. So, Jungs, das ist auf jeden Fall das Draft, was wir bekommen haben. Ehrlich, nicht so gut. Ich werde auf jeden Fall jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber ich würde sagen, ich zeige es euch, wenn ich das Draft umbaue. So, das ist jetzt auch das fertige Team. Mehr kann ich da nicht machen. Ich werde auf jeden Fall jetzt ein paar Spielszenen einblenden und mal schauen, wie weit wir mit diesem Draft kommen. Ich werde auf jeden Fall jetzt einblenden und mal schauen, wie weit wir mit dem Draftatzen machen. So, Jungs, wir haben leider im Halbfinale verkackt. Äh, ich habe 4 zu 1 kassiert. Leider, aber ich finde es gut, wir sind mit diesem Team bis ins Halbfinale gekommen. Ich würde mal sagen, ich zeige euch mal die Packs und vielleicht ziehen wir wenigstens daraus was. Wir gehen ins Premium Gold Pack rein. Come on, Mann. Please. Please. EA, please. Und? Schade. Schade, Bruder. Schade. Egal, kann man nichts machen. Wir gehen ins nächste Pack rein. Und aus dem nächsten Pack haben wir leider den Beleg gezogen. Das heißt, wir haben leider Minus gemacht. So, das Video hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Falls es euch gefällt, würde ich euch unnormal über ein Abo und Like freuen. Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall auch raus für heute. Folgt mir auf Instagram. Ends auf FIFA. Wichtig, Jungs. Da wird alles gepostet. Ich bin auf jeden Fall raus für heute. Pass auf euch auf. Ich bin raus. Ciao. Come on.